Hallo, hier ist der Zaki Neu, der Dicke von Eisabstiel. Ich habe sehr die Filme von Bad und Terrence geliebt. Ich komme zum Festival von beiden, von Terrence und Bad und ich hoffe, uns können wir auch Pistachio-Eis zusammen essen. So, ich freue mich auf euch und bis bald, euer Zaki. Tschüss!